Die Gemütserlösung Vollkommen in Sittlichkeit, vollkommen in Selbstversenkung gelangt der Mönch durch Vernichtung des Wahns schon bei Lebzeiten in den Besitz der wahnlosen Gemütserlösung und Wissenserlösung, indem er sie selber erkennt, selber verwirklicht. Keine neue Tat begeht er, und die alte Tat macht er, indem er sie nach und nach ablebt, zunichte. Die sichtbare Versiegung, die zeitlose Einladende zum Zielführende. Wie ein Stab, ihr Mönche, den man in die Höhe wirft, einmal mit seinem unteren Ende zum Boden niederfällt, einmal mit der Mitte und einmal mit der Spitze, so steht es auch, ihr Mönche, mit den Wesen, die gehemmt vom Nichtwissen und gefangen vom Durst umherirren und wandern. Wir haben die Hände geogen. Wir sind wieder, dass wir die Hände willen,choire den Mönch, die tiefenfearende Züberg halten. Ich habe die Hände geogen. Wir haben die Wesen unteren Ende zum Jinchaal gesern gehört. Untertitelung des ZDF, 2020